Hallo, herzlich willkommen zum 7. Dezember des Adventskalenders. Nimm dir heute bewusst Zeit, um mal wieder Sport und Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Es ist ja gemeinhin bekannt, dass Sport gegen Stresssymptome hilft. Es hilft auch bei Depressionen und fördert zudem einen gesunden Schlaf. Außerdem können beim Sport Endorphine im Körper freigesetzt werden, also Hormone, die die Schmerzen lindern und die Freude auch steigern. Also, das Gefühl des Wohlbefindens, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich insgesamt wohlfühlst, das kann gesteigert werden. Von daher gesehen, besuche doch eine Yoga-Stunde oder geh mal wieder joggen, laufen oder ins Crossfit oder reiten. Je nachdem, was dir Spaß macht, woran du Freude hast. Viel Spaß dabei. Bis morgen. Bis morgen.